In Hamburg als auch in anderen Städten gibt es die Citybikes oder auch Stadträder. Diese können Sie einfach per Smartphone-App ausleihen. Ich habe hier das Apple-Iphone und die entsprechende App Stadtrad. Man sieht hier, dass er mich jetzt bereits per GPS geortet hat. Ich befinde mich hier in Hamburg am Kaiserkai. Ich sehe hier, dass 16 freie Fahrräder verfügbar sind. Hier sehe ich eine Liste der Fahrräder, die hier ausleihbar sind, die ich entsprechend auswählen kann. Ich könnte jetzt also manuell mir das Fahrrad suchen, welches vor mir steht. Alternativ, beim iPhone gibt es die Schüttelfunktion. Das heißt, ich schüttle und kann nun die Nummer des Fahrrades eingeben. Ich frage dann, ob ich tatsächlich entleihen will, bestätige ich. Das dauert dann einen kleinen Moment. Und nun muss ich hier den Deckel öffnen und kurz auf das Display klicken. Und wie man eben gehört hat, ist das Schloss jetzt entriegelt. Und das Fahrrad ist ausgeliehen. Und ich sehe jetzt hier, ich habe hier ein entliehenes Stadtrad um 14.32 Uhr mit der Freigennummer 9672. Und kann nun losfahren. Dann knifissionen. Ichido. Gut dann, danke. So, hier bin ich wieder und die Rückgabe des Fahrrads ist denkbar einfach. Einfach den Verriegelungsknauf zurückstecken, diesen Knopf drücken und die Rückgabe ist abgeschlossen. Ich kann jetzt hier auch mal meine App noch mal aktualisieren und man sieht nun, das Fahrrad ist wieder aus der App raus. Also die Stadtrad-App ist eine schöne Sache, um sich Fahrräder in den Städten, wo es angeboten wird, auszuleihen. Natürlich kann man dort auch per Hotline oder per Terminal ausleihen, aber per Apps geht es natürlich am schnellsten.